Herzlich Willkommen zum Published Industry Technic Talk zu Produkten, die bewegen. Wir befinden uns gerade auf der Hannover Messe 2015 am Messestand von Eden Electric. Neben mir darf ich Herrn Miesen begrüßen. Herr Miesen ist Product Manager Drives bei Eden Electric. Herzlich Willkommen. Sie haben hier ein interessantes Gerät dabei. Um was für ein Produkt handelt es sich denn dabei? Genau, ich habe Ihnen hier einen Drehzahlstarter mitgebracht. Der Power XL DE1 Drehzahlstarter von Eden schlägt die Brücke zwischen dem Frequenzumrichter und dem Motorstarter und verbindet diese beiden Welten. Er bringt auch die Vorteile aus den beiden Welten mit sich. Die Einfachheit und Zuverlässigkeit des Motorstarters, aber die Möglichkeit der variablen Drehzahl des Frequenzumrichters. Damit eignet er sich ideal für einfache Anwendungen, wo bisher ein Frequenzumrichter einfach noch zu komplex war. Warum benötigt der Markt ein solches Gerät? Energieeffizienz ist ja in aller Munde. Dementsprechend gibt es auch Regularien und Richtlinien, die vom Gesetzgeber aufgesetzt werden, wie zum Beispiel die ERP Richtlinie. Darunter fallen auch Pumpen- und Lüftersysteme. Diese müssen betrachtet werden und in ihrem Gesamtwirkungsgrad beurteilt werden. Um diesen Wirkungsgrad nun erreichen zu können, ist es oftmals unabwendbar eine variable Drehzahl zu verwenden. Dafür, für das Einhalten von diesen Richtlinien, bietet der DE1 Drehzahlstarter von Eton die einfachste und effektivste Art der variablen Drehzahl. Sie haben jetzt bereits einige Punkte genannt, aber was sind denn ganz genau die Vorteile und Features, die der Drehzahlstarter dem Anwender bietet? Also wir haben bewusst beim Design auf Bedienelemente verzichtet, also kein Display, keine Knöpfe. Damit ist eine simple Out-of-the-Box-Inbetriebnahme möglich. Zusätzlich beim Bedarf, falls mal ein Parameter verstellt werden musste, brauche ich auch keine PC-Software, sondern kann einfach dieses Konfigurationsmodul verwenden und mit einem Schraubendreher kann ich Dinge wie Rampenzeiten, Festfrequenzen einfach individuell einschalten. Dazu haben wir das Trip-Free-Design entwickelt. Dieses beinhaltet Funktionen, die ein ungewolltes Abschalten verhindern. Damit zum Beispiel, wenn generatorische Energie in den Drehzahlstarter zurückfließt, wird dieses erkannt und automatisch die Rampe verlängert. Oder kritische Gerätetemperatur wird ebenfalls erkannt und die Schaltfrequenz dementsprechend angepasst. Dazu ist er ideal für den Schaltschrank. Side-by-Side-Anbau bis 7,5 kW und bis zu einer Umgebungstemperatur von 60 Grad. Vielen Dank für das interessante Gespräch und Ihnen besten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wiedersehen.